Wir sehen jetzt hier den Hammerhead, der Captain Cirodelli zieht mit 120 Minuten auf. Ich bin horizontaler Steinshoff, mit kurzer Schnittstrand. Was sie jetzt sehen, der Skydiver ab, ob sie den Zapfenzieher aufwärts. Das ist eigentlich das Markenzeichen des Helikopters. Und eine wunderbare Möglichkeit, die wir Ihnen zeigen können. Die Wände, ob der wirklich der Helikopter ist. Das Erhöhung der Leistungen reicht und der Helikopter steigen lässt. Und damit sie sehen, wie das vorwärts geht, treten sie sich auch um die eigene Achse. Und das nächste Maneuver umgehter 2 Step Action. Okay. 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 Okay.